Was zum Teufel sollte das, Camilla? Eine Besichtigungstour in der Leichenhalle? Ich glaub, das war... Das war fahrlässig. Ich glaub, dass es ihr geholfen hat. Hier, diese Vitamine werden sie ein bisschen ruhiger machen. Du denkst, mit Drogen kann man ja helfen? Sie hat auf eine Leiche eingeprügelt. Hältst du das etwa für die richtige Therapie? Aber Hermann, das... Tu, was ich dir sage!